hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren forza horizon 4 multiplayer ausgabe lost in in der expedition edition es klingt so lustig deswegen sage ich so gern stehen wieder an oder wie man es auch sagen könnte wir sind in einer hammer 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 geilen edition unterwegs denn in der heutigen expedition edition es klingt so banal ja vor allem alle hammer und das finde ich echt der hammer und andy findet es auch der hammer sowie blutow fly heißt du ist cracks super noob luca noah ogre und thorsten grüß euch hallo hallo servus servus ich muss aber ich mal sagen die witze gerade waren hammer schlecht ja auch schon vor der anbord waren sie haben wir schlecht weil ich habe schon gesagt das vollmond da werde ich ja zum wehrwolf und dann hat an die gesagt nee da bist du zum wehrhammer aber das würde implizieren dass ich ja der hammer bin ja gut bin ich auch dank fürs kompliment an die über diesen weg ja okay ich habe ja auf meter ebene oh mein gott ja ich würde sagen wir fangen besser an an die darf sich verstecken gibt dann gleich auch tipps aber bevor er sich versteckt würde ich sagen gehen wir erst mal zu unseren startpositionen die wir schon in weißer voraussicht vorher ausgelost haben und ich kann jetzt schon sagen die tendenz geht in der gruppe leicht richtung strand aber mehr vor allem an der stelle nicht ich werde auf jeden fall da nicht so ich bleibe einfach hier stehen oh 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 erster tipp hier ist ganz viel wasser im sommer ich bin aber nicht allein glaube ich irgendjemand müsste zu mir hallo ja so er hat wieder wieder mal sein sein pinsel geschwungen und wieder mal ein geiles expedition design gemacht für beide können wir auch downloaden ey wieso kriege ich diese mauer nicht kaputt fahren der hammer ist echt nicht so der hammer hier ist auch kein meißel hier auch ich krieg's echt nicht durch zusammen geht es jetzt ja wahnsinn ja ich noch nicht moment strand ist sogar überfüllt ja vier zu sechs zimmer am strand das wäre mal eine straßensperre hier aber das sieht immer so geil aus in der expedition wenn alle erstmal das offroad durch problem natürlich sind wir auch in der offroad expedition edition eine offroad edition expedition edition das hört sich noch kurz um 30 sekunden was hast du vor also ist keine ja keine weiß ich was wir sprung rätsel noch mit einbauen oder so und hier sieht man die highlands seht ihr da oben auf dem berg das ist okay also ich stehe jetzt so wunderbar dann okay das war der erste tipp er steht ich sehe häuser ich auch cool ist ja auch noch hast du gewonnen was war denn los waren nach fünf sekunden ja es ist ich fahr jetzt einfach mal dahin aber ich glaube nicht dass das der ort des geschehens ist für den ersten tipp da war schon unspezifisch habe ich sehe eine straße so zum beispiel ich sehe eine straße im übrigen ich sehe was den sehe ich auch krass so ein hammer entschleunigt habe ich auch gerade gemerkt ja wenn man gegen die wand fährt ich würde jetzt mal sagen ich sehe mehrere verschiedene berge ich sehe mehrere verschiedene berge ich bleibe jetzt hier einfach mal so egal 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 sind berge auch hügel bei dir oder wirklichen berg also erderhöhungen was noch ein berg bezeichnet nein okay gut ich würde beispielsweise auch die das in der mitte hier great rich würde ich auch als berg bezeichnen unfall aber er sieht mehrere häuser okay das heißt ja schon mal das impliziert er sieht mehr als eins diese mehrere berge die ich sehe ist einer links von mir einer rechts von mir cool je nachdem wie ich mich halt drehen aber ich stehe zwischendrin ich bin jetzt gerade mal überlegen ob es noch mal eine ortschaft aber es gibt ja noch ja moment ich habe die idee ich könnte mir vorstellen dass er gar nicht in einen der drei ortschaften oder städte ist die wir haben sondern solche es gibt ja solche städte was ich meinen perfekt genau da fahr ich jetzt mal hin zu allem was mir spontan einfällt gucken wir jetzt mal kurz an wo alles so hinfahren bevor er nicht der tipp kommt gut bei den könnte auch sein du bist in der nähe das ist gut dann habe ich da sind es für gestartet das würde mich jetzt interessieren am strand da waren ja alle wer ist nicht am strand gestartet ja eben das ist fünf leute wenn es nur in der nähe ist dann ist er am strand gestartet da wahrscheinlich nach dem berg gefahren das ist ja auch so eine kleine ortschaft eine ganz simple frage kommt man an deinen ort leicht oder muss man sich anstrengen kann man muss sich anstrengen solange wir an die gebraucht hat das ist ich bin ein paar meter gefahren okay ich glaube du bist nicht auf dem berg oben weil aber ich sage jetzt mal trotzdem auf der map stehe ich auf einer straße auf der haupt map gibt es auch eine neben map oder warum betonst du das jetzt so wenn du im hinterkopf wenn du weißt wo ich stehe gibt das sind warte der aber hat nur fünf ach so okay hä ne verstehe ich nicht das heißt aber du stehst in der echten welt nicht auf der straße das ist korrekt ja gebe ich auch noch mit hä wo auf der haupt map ist eine straße aber nicht in echt das verstehe ich nicht also ist auch freiheit ist auch keine nähe auf einem tunnel weil ich starten sperrgebiet leider ok hier sind zwar häuser und berge drumherum aber dann ist das definitiv nicht das ist ein super fieses versteck ja das kühl würde ja bedeuten du hast ja umgekehrt gesagt du stehst auf einer eingezeiten laut map auf einer eingezeichneten straße aber in der echten welt nicht das heißt du stehst auf einer brücke also du musst dir vorstellen mein symbol wenn ich auf der map bin ist mein symbol auf einer straße aber in der echten welt stehe ich nicht auf einer straße ja 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 eben zum beispiel auf einer zugbrücke die wo und runter eine straße durchgeht zum beispiel wäre jetzt genau oder in einem tunnel wo oben drüber eine straße ist zum beispiel aber es gibt keine tunnel wo oben drüber eine straße doch gibt es leider aber ja ich weiß aber was du ist trotzdem hat trotzdem keine ahnung ja ich auch nicht ich bin ja auch schon in der nähe ich weiß ich weiß wo es sein könnte ich befinde mich also wir haben ja so drei städte sagen auf der map edinburgh bernberg und amberside ich befinde mich in einer von diesen städten laber nicht aber wo ist du hin das ist jetzt die frage aber es wird auch nicht nach gleich nach broadway gefahren sein also amberside schließe ich schon mal kategorisch aus edinburgh war ich schon dabei habe dann entweder zu weit weg noch oder es ist es einfach nicht deswegen würde ich jetzt einfach mal kategorisch für alle sagen fahrt nach broadway aber dann steht er noch nicht zwischen zwei bergen es sei denn mit diesem mühlen hügel als berg war dann tut mir andy leid dass er das als berg verzeichnen würde ich nicht als berg bezeichnen aber ich wurde gefunden okay du darfst auf die karte gehen von fly high okay das ist interessant okay dann machen wir es aber auch konkret ich stehe nicht in amberside ja ja das habe ich ja schon ausgeschlossen für alle ich habe ja schon gesagt wo du bist ja nur weil du das ausschließt ja das ist ich glaub mir mal glaub mir dass du da bist ich glaube ich dir nicht ich habe auch schon eine idee wo du sein könntest ja ja ich die ausführung ich habe um mich herum alle vier verschiedenen sorten von pr-stans in meiner nähe also blitzer zone biorer gefahren sprung und drift zone im moment passiert noch nicht viel gefahren ach so ja doch ja 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 jetzt habe ich eine idee wo du bist aber ich bin am anderen enden in der map also da sind noch ein paar super du bist immer noch nicht in amberside ja ich will aber noch portal ok cool ich auch da ist er nämlich ich könnte jetzt doch warten bis ja 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 warte nur bis ich ganz unten im süden bin und dann bist du in edinburgh habe ich kein problem mit also ich glaube einer hat es verstanden deswegen ist der gerade tatsächlich ja keine tipps geben dafür bin ich zuständig was könnte man denn noch sagen so ja vielleicht haben wir hier noch alles so zu sehen vielleicht außerhalb der map das wird jetzt nicht viel helfen aber ich sehe auch bäume das war jetzt nicht der tipp ich sage es einfach mal weil ich auch bäume sehe ich habe keine ahnung ich dachte zwischendrin ich habe eine ahnung und dann darf nach dem nächsten tipp dachte ich mir so ok ich habe doch keine ahnung mehr ok wenn ein haus da nicht stehen würde würde ich den kreisverkehr sehen da muss ich erst mal ein kreisverkehr sehen also broadway gibt es glaube ich nur ein kreisverkehr oder ja und er ist sicherlich ein richtiger kreisverkehr das ist auf dem boden gemalter kreis ist ja egal es ist ein kreisverkehr ein kreisverkehr so klein wie er sein mag ist ein kreisverkehr also auch in edinburgh beispielsweise wenn er die kasselstraße lang fährst das wäre für mich ein kreisverkehr ich bin mit der drohne da es ist definitiv ein kreisverkehr Luca ist in der nähe Luca? ok warum war das feld hier gerade grün? ich weiss das mal systematisch ab ok das ist die distanz zu man ist in der nähe gut ja da ich im kreisverkehr von broadway bin hallo ray ist es in edinburgh übrigens also da sich der gesamthelf jetzt mittlerweile in broadway eingefunden hat ich bin nicht in broadway genau ray alle auf mich hören einfach waren wir vielleicht doch am anfang richtig ja scheinbar waren wir am anfang richtig aber haben nicht zu weit durchgezogen ich hätte doch vielleicht edinburgh durchziehen sollen und nicht vorher schon wieder oder beziehungsweise bei der ersten kreisverkehr Luca ist nicht mehr in meiner nähe nicht mehr? ok ja aber ich hätte echt eine gute idee im broadway aber ok ja ich bin nicht im broadway ja dann halt autobahn wieder nach Norden ja dann Ambleside Ambleside es kann nur Ambleside sein oh je fahre ich jetzt autobahn? ja Luca ist wieder in der Nähe die Masse da draußen bewegt sich Kreisverkehr wenn ein Haus nicht wäre wäre da ein Kreisverkehr es ist eine eingezeichnete Straße wenn da ein Haus nicht wäre würde ich den Kreisverkehr sehen ja ja meine ich ja also das heißt ähm ok und er ist auf einer also laut Map ist er auf einer Straße aber er ist nicht auf einer Straße ja ok der Kreisverkehr kann es schon mal nicht sein ich mache vielleicht auch das mal konkreter ich stehe über dieser Straße also ich bin auf einer Brücke ja ja das habe ich mir schon irgendwie so gedacht dass es irgendwie sowas ist aber dann muss es ja eine Brücke sein muss es ja eine Brücke sein die man befahren kann aber selber nicht eingezeichnet es zumindest mal nicht als Straße genau ja witzig den einen Weg den du gerade genommen hast dann frage ich mich jetzt gerade ernsthaft welche verfuckte Brücke in Edinburgh gibt es die nicht eingestellt ist die man aber fahren kann ich bin auch ganz ehrlich ich habe diese Stelle erst vor zwei Monaten glaube ich in dem Stream aus Versehen gefunden ja das heißt eigentlich fast nur dass es irgendwie über den Zug aber ne da kannst du ja nicht kommst du ja nicht hin glaube ich über den Zugweg oh Moin der Fahrt 2 auf der 11 fahrbar scheinbar es ist äh schau mal komm 200 nein ich weiß nicht wie weit das hilft aber wenn ich auf der Map quasi meinen Punkt zentral lege und ganz ranzoomen sehe ich das Schloss immer noch ich habe sie gefunden ja du kannst da ja halt rein Liko der fährt keine 200 der rät bei 196 ich weiß also Kreisverkehr würde ich jetzt spontan glaube ich wüsste ich schon welcher aber ich frage mich jetzt gerade welche Brücke man da jetzt befahren können okay ich hätte eine Idee aber ich dass man da draufkommt wäre mir neu tatsächlich war es mir wahrscheinlich auch also zu dem Zeitpunkt als ich raus gewohnt habe war es mir auch das ja gut logischerweise ich denke da waren auch die wenigsten bisher ich war da auch erst einmal Och Sack ich war da wahrscheinlich auch noch nie also ich habe da eine Idee aber dass man da hochkommt das wäre mir halt neu tatsächlich das Ding ist halt ihr wisst ja jetzt alle schon in welche Richtung das ungefähr geht deswegen werde ich jetzt mal warten bis ihr so in dem Areal ungefähr seid oder halt bei Edinburgh wir müssen ja erstmal ich lasse euch da jetzt erstmal ein bisschen suchen erstmal alle wieder nach oben gehen ey wir müssen erstmal eine halbe Stunde fahren wir müssen erstmal eine halbe Stunde fahren ich finde es halt auch echt lächelig dass da jemand einfach so sagt ja save Broadway und so und weißt du und wir alle hören auf den also sowas echt sowas ist echt echt arschig der ein oder andere hier in der Runde kennt die Stelle sogar ja ich glaube ich weiß wird dir keine weiteren Tipps geben da ja ja der ist immer noch mein auch glaube ich das Verwarnste ist dass der der sich da versteckt Sachen sagt ihr sagt gar nichts Ray ist in der Nähe Supernub ist in der Nähe ja Nähe ist relativ ne also es ist schon noch ein Stück der Edinburgh ist ein bisschen ne ja ja bisschen groß so aber dann jetzt kann ich mal überlegen hier ist ja der Kreisverkehr da unten das heißt er muss ja dann auf eine Brücke da drüben irgendwo kommen das ist äh frage ich mich grad wie das ist immer so die Frage Rex ist in der Nähe kann man da drüber ne kann man bestimmt nicht rüber fahren jetzt weiß ich wo es ist ich kenn die Stelle wahrscheinlich halt nicht da kann man ja nicht drüber fahren ne ich glaube ich verrate niemanden den Weg ne ist niemand hinter mir nö nö das interessiert mich jetzt auch Pluto ist in der Nähe das muss ja jetzt hier irgendwo so ne ähm ich will mir kurz orientieren da kannst du ja überall ja nicht rein fahren gehen wir aus dem Pausenmenü ne ja äh Thorsten ist in der Nähe das müsste ja dann quasi hier oben sein aber wie komm ich da hin ja oh Gott ja ok Scrax hat uns gefunden wahrscheinlich hier rüber oder und dann kann man da irgendwo drauf fahren anscheinend ok das ist krass also quasi bis ans Ende des machbaren Zugweges schätze ich dann mal hier ne ja ok jetzt habe ich es quasi lautstark verraten ja aber ja Ray hat es gefunden ja aber mir war dann schon klar dass es die Brücke sein muss nur ich wusste nicht dass man ja es sind noch 5 andere unterwegs bei 4 naja ist ok ich habe ja schon länger gesagt dass du es wirst es sind noch 5 einer ist noch nicht mehr in der Nähe oder halt noch nicht mal so nah Autobahn schon zur Hälfte geschafft passt ja es sind ein paar grad auf dem Weg ja Pluto ist es aber jetzt so gefahren wie ich bin auch da so bin ich da auch in Gefahren und ich hatte keinen Schwung das war schlecht Wunderbar das verzögert sich noch ein bisschen Oga ist in der Nähe ich bin leider immer noch ahnungslos aber schön dass ich in der Nähe bin das soll schon in der Nähe sein für mich ist in der Nähe wenn ich auf der Karte bin und vorher ranzoom und ich den Spieler sehe dann ist der für mich in der Nähe ist halt natürlich in Edinburgh halt natürlich ein bisschen schwierig weil da ist das Gebiet ja dann halt quasi groß und es gibt ja viele Möglichkeiten während es bei anderen Gebieten wahrscheinlich weniger Möglichkeiten gibt ja und da gibt es ja auch noch einen Kreisverkehr da habe ich gar nicht dran gedacht also logischerweise bezüglich Kreisverkehr ich befinde mich in der östlichen Hälfte von Edinburgh also Forza Horizon 4 war das Horizon der Kreisverkehre das neue war dann das der Dreiecke ja selbst ein Kreisverkehr dreieckig ja so ungefähr als ich die Karte nachgezeichnet habe habe ich die ganze Zeit so gedacht oh mal wieder eine Dreieckskreuzung warum zeichnest du die Karte ab? weil das kann so sieht es aus weil mich gewisse Dinge interessiert haben wie lang muss er ein Stift ansetzen um diese Straße abzufahren und daher kann er dann berechnen wie schnell er mit seinem Supersportwagen dann brauchen wird das ist ganz einfach die ganz normale Stift Geschwindigkeitsnachrechnung ungefähr der Kreisverkehr von dem ich gesprochen habe ist klein wirst du die Holyrood Park Grundstrecke auch als Kreisverkehr sehen? ja klar das ist der kleine Kreis das ist jetzt achso das ist der kleine okay der große ist Goliath ne? ja das sind ja einzigen beiden Kreisverkehrer auf der Map ja gehe ich konform mit in Himmelsrichtung bewegt ihr euch beide gerade in meine Richtung beide bleiben stehen beide waren auf dem richtigen Weg beide bleiben stehen das heißt dass ihr nicht umdrehen solltet also in dem Format sagt Andi schon die richtigen Sachen an nicht so wie beim normalen Lost End wir hatten eigentlich gerade wer war nochmal als erstes? Fly High? jo du kannst ja schon mal überlegen wohin und so ne? ich hab schon in der ersten Folge mir was ausgedacht und seitdem warst du mir dran richtig immer zu langsam ja und jetzt warst du schnell das war auch gut also es sollte im gegebenen Fall ich sollte mal flink sein hätte ich auch was aber das wird wahrscheinlich nicht passieren weil ich leider immer auf die weil ich halt leider immer auf die Tipps höre von diesem komischen Rai der dann sagt das sind Broadway dabei ist es halt ich hab's in der ersten Folge schon angesprochen es ist echt ein Nachteil je besser du die Map kennst eigentlich weil du halt mehr Orte im Kopf hast einfach ja das ist so ja das ist schon so ja das Problem war ich hab schon eigentlich direkt an Edinburgh gedacht ähm ich bin aber dann glaube ich zu früh beziehungsweise Supernube ist mir entgegengekommen und das hat mich irgendwie dazu animiert auch einfach wieder wegzufahren ich hätte es einfach einmal durchziehen müssen weil dann hätte ich safe ja gewusst okay wenn Andi gesagt hätte ja du bist in der Nähe und deswegen also da wir jetzt bei der 20 Minuten Mark sind und ich halt also ich sag jetzt einmal das was Rai im Prinzip schon gesagt hat ich steh auf Schienen ja der Hammer bewegt sich wie auf Schienen ist richtig ja er steht auch wie auf Schienen ja so geil und ihr seid beide in der Luftlinie gerade maximal würde ich sagen und sind da 300, 400 Meter weg mit Max ähm ich gucke das ist die falsche Richtung hm das ist auch die falsche Richtung ach ja wie war das Lost in das ist immer noch die falsche Richtung in dem Format darf man es sein das ist ja wünscht oh driften kann der auch das ist die richtige Richtung ich dachte es mir bald nach zweimal abbiegen die Richtung bist du auch vorher schon gefahren und ich habe gesagt ihr fahrt beide in die richtige Richtung dann bist du umgedreht okay der nächste hat es gefunden Noah ist da oh endlich ja easy ne hast du gleich gewusst ja natürlich ja das Fahrzeug ist halt so lange noch mal ein bisschen länger was denkst du denn ja cool Andi hast du schon die halbe Folge gestrickt Glückwunsch nächstes Mal nehmen wir dich nicht mehr am Anfang oh Gott da würde ich nicht rein fahren ich denke wie schon wie du schon gesagt hast die ganze Zeit nur auf dich gehört das war einfach der einzige Grund ja das tut mir auch ein bisschen leid ich habe einfach halt mal wie ich das schon in unserem Minecraft Projekt schon öfters gemacht habe einfach behauptet ich weiß wo es lang geht und einfach halt das mit voller Überzeugung gesagt und ich glaube wenn du halt was mit voller Überzeugung sagst dann überzeugt es anscheinend andere Leute auch ziemlich stark davon dass du wohl Ahnung hast dabei habe ich halt keine Ahnung und ich habe dann auch wie du gesagt hast gewartet bis du in bis du da unten bist und dann ja wie gesagt das war halt taktisch dumm ich hatte einmal das halt wirklich auch durchziehen sollen wie am Anfang weil meine Idee war halt schon okay Häuser ich fahre jetzt Uga da würde ich nicht lang fahren und dann wirst du ja schon sagen ob ich in der Nähe bin oder nicht aber klar ich war halt ganz am Anfang noch von der Stadt das ist logisch ja du warst halt auf der anderen Seite ja ja genau eben da würde ich auch nicht lang fahren Uga sauber oder gib mir 10 Sekunden bis ich im ersten Gang bin da würde ich auch nicht lang fahren es gibt halt im Frontrunner eine Stelle wo so eine Mini Brücke ist wo ich dachte du stehst da sonst irgendwie drunter ja da bin ich auch hingefahren am Fluss da unten weil er da gerade im Goliath und so ist ja mit Brücken und so da würde ich auch nicht lang fahren ich würde jetzt an deiner Stelle umdrehen und links fahren und dann nochmal links und ich war da aber halt gerade oben bei den Highlands mit Autobahn einmal runter und dann gerade auch noch als ich unten war dann war halt erster Call das nicht da ist jetzt kommt Andis Todes Tipp gleich okay alles klar Schienen ich verstehe ja wenn ich aussteige und runter gehe gebe ich dir einen High Five in dem Moment okay wie zur Hölle genau so ah ok oh krass ok das hätte ich nicht gedacht deshalb bin ich auch noch nicht da weil ich das nicht gedacht habe ja die Brücke dachte ich relativ schnell aber dass man da halt den Weg drauf kann da habe ich jetzt auch ich meine ich habe hier immer noch eine Straße die ich noch nicht entdeckt habe das ist das geilste also wie lange spiele ich jetzt schon Horizon 4 habe ich noch nie diesen Schotterweg da hinten gefahren du spielst auf jeden Fall zwei Wochen länger wie die meisten das ist richtig ja naja das war schon krass zwei Wochen vor vor Early Access durfte ich tocken und ne ich glaube sogar war ein bisschen mehr sondern glaube ich so zweieinhalb Wochen aber ich durfte zwei Wochen vorher schon Videos hochladen ne eine Woche vorher durfte ich Videos hochladen war sowas ja irgendwie war auf jeden Fall krass genug ja wunderbar Leute dann Fly High macht sich gleich bereit aber vorher lose ich nochmal aus wo es hingeht Andi du darfst zur Villa Luca du darfst zum Strand Mister Hashtag zur Villa Ogerli zur Villa Pluto zum Dorf Scrax zum See Stui zum Dorf Stui habe ich schon gesagt oder? Super Noob zur Villa Fly High weiß wohin er will Thorsten zur Villa und meine 1 zur Villa ey jetzt ist aber die Villa also ne grad eben war Strand das maß allerdings jetzt wollen alle zur Villa ich war grad verwirrt Fly High weiß mit der Villa aber klar ja dann darfst du draußen ja Fly High war nicht verwirrt glaube ich ja wusste was Sache ist so ich glaube sind alle weg jetzt kann ich los wir parken hier ein ich verstehe schon der hat doch ne größere Wendekreis als er hat es geht noch nicht los wir müssen hier grad parallel parken ja bin ich der Einzige am See was mecker nicht du fährst ein fährst ein Hummer du bist der Einzige ja wir haben einen geparkt der mitspielt hier Dorf ist auch Freddy oh bitte lass mich die Mauern sie ist mal kaputt kriegen letztes Mal die ich kaputt bekommen ja jetzt Fly High ok ich stehe ja ok geil geht los geiler Tipp ja ich stehe nicht direkt auf einer Straße ok cool ich auch nicht ich stand auch noch halb auf der Straße ja also wir können hier ein Zelt auspacken und ein bisschen mal Maul spielen ja wir könnten auch eine Acker Edition von Isetta bald spielen hier oh ja sorry ich stehe in einem Hinterhof und neben mir ist ein Offroad Weg aha jetzt habe ich es Offroad Weg ja das trifft so auf gefühlt 30 Häuser zu oder so vielleicht hier direkt an der Villa das ist doch auch so ein Ding ich fahre jetzt einfach genau meine Taktik von der letzten Folge einfach random durch die Gegend fahren und hoffen dass er sagt ich bin da in der Nähe hat funktioniert letztes Mal ähm mehrere gestrichelte Offroad Wege kreuzen hier ineinander gestrichelte Offroad Wege kreuzen ineinander jetzt wo gibt es gestrichelte Offroad Wege verdammt überall nein die gestrichelte Offroad Wege sind ineinander er hat sich genau dahin gestellt wo ich auch war Achillesferse die gestrichelte hin aber mehrere kreuzen okay warte mal ich hätte eine Idee wo mehrere gestrichelte sich kreuzen ja ich auch aber gibt es einen Hinterhof kreuzen die sich wirklich aus in das Erd ach ja ich habe eine Idee da komme ich doch niemals hoch kreuzen sich auch welche ja was welchen nein welchen also auf geht's da komme ich nicht hoch das kann ich vergessen erster Gang und gib ihm versuchen ne tendenziell sieht es ja mal nicht schlecht aus wie sich die Leute hier bewegen aber dann sagen wir mal so viel dass bei mir hier in der Nähe Videospielgeschichte geschrieben wurde äh boah super der legendäre Sprung auf Fortune Island ja das war auch das erste woran ich gerade gedacht habe nein nicht in diesem Sinne weißt wo er ist und ich komme da nicht hin kannst du schon denken aber das ist halt im Arsch der Welt von mir aus jetzt ich bin mir jetzt relativ sicher tatsächlich ja das bin ich mir auch aber das wird halt jetzt echt ein bisschen dauern bis ich da bin ja gut mit wippen dann fährt er vielleicht 100 boah 150 jetzt geht's ab lustiger ist dass mehr oder weniger die Richtung sogar durch ein Symbol auf ok ich verrate nichts mehr oder weniger zeigt anscheinend ein Symbol in meine Richtung ja boah du diesen Tipp her hast ja ist ja richtig gut ey Ray gibt bessere Tipps als die Leute die sich verstecken ja gut aber der Tipp vorher war halt falsch ne also deswegen ich weiß nicht ob es die Bahnschienen waren schon eine gute Nummer ja gut ja ich weiß ich habe halt bisschen zu sehr mit den Zuschauern gesponnen und vergessen dass es ja noch andere Mitspieler gibt die vielleicht damit was anfangen könnten aber lustigerweise den Tipp gerade ich habe nach dem Kompass gerade im Hammer gesucht aber jetzt weiß ich auch was du meintest und da wollte ich wahrscheinlich auch hin ähm hinter dem Haus hinter dem ich stehe sehe ich ein Riesenrad er ist doch in den Highlands ach doof ach Suzuka jetzt ich weiß es ist ein schlauer Weg den ich hier fahre ne ich fahre einfach mal weiter was solls genau deswegen wurde Japan gepäcke keines zu stetten haben wir auf der Strecke den kriegen die nicht weg so nischle ne irgendjemand ne ich frag nicht so verrate ich wieder zu viel vielleicht gibt es ja Leute die immer noch keine Ahnung haben wo es ist ich war den übelst dümmsten Weg aber ich stehe ja gerne auf Schmerz ja wenn ich in den Himmel gucke sehe ich ein paar Heißluft Ballons über mir fliegen hä? hm alle Wege führen nach San Giovanni ne? ja eben gab es in San Giovanni Heißluft Ballons das ist jetzt ne gute Frage glaube nicht dann müssen wir müssen wir ja leider wieder endlich bin ich aus dem wald raus leider wieder wenn ich jetzt nicht langsam in der nähe bin bin ich am arsch ich muss eigentlich so ja ja luka ist in der nähe ray ist in der nähe komisch ist in der nähe super nun und an die sind auch in der nähe vergiss aber nicht auch raus von der karte zu gehen was wir ja wahrscheinlich nicht nur ich überschlag mich ich habe ihn luka hat mich das weiß ich schon habe ich weiß nicht ob er genau da steht er hat ja gemeint irgendwas mit hinterhof eigentlich bin ich da aber da ich auch da und ich glaube das bist du von mir genau und das bist du ja ich sehen ich krieg wieder die scheiß mauer nicht kaputt ne aber mit schmack ist es hier rein und bin da posten ist auch in der nähe auch da massenversammlung hier auf einmal also wenn du so einen fetten haben dann kriegst du diese kleinen mäuerchen im verhältnis kleinen mäuerchen nicht kaputt ach du scheiße wo soll ich mich jetzt verstehen hast du wie wenn man innen an den leibplanken hängt ich habe aber erst so gedacht okay ich verrate es noch nicht das wäre ja wieder ein tipp indirekt bei den schotterwegen war ich auch erst mal ganz anders hab ich gewonnen wenn ich den steinbruch gefunden habe ja bei den gestrichelten schotterwegen war ich tatsächlich da wo so ein anderes symbol ist vielleicht kannst du mir folgen ja ich wir reden das vom gleichen wahrscheinlich ja da bin ich auch erst mal in der nähe aber die richtung war ja dann von uns aus gesehen gar nicht mal so falsch von dem her ja da in adenborough schon wieder ja oh oh torsten wie lange hast du jetzt gebaut für die viertelmeile meine stoppuhr hat zwischenzeitlich einen batteriewechsel gebraucht ja ich glaube auch ey du brauchst einen kalender ein kalender ja jetzt wenn ich noch wüsste wo das genau war ich weiß dass es irgendwo hier auch in der nähe und ja scraggs ist jetzt auch in der nähe hat ja lang genug gedauert ach da unten fährt auch noch jemand aber ich glaube es weiß mittlerweile jeder was gemein ist das ist glaube ich nur noch die frage wo das ist waren aber coole tipps auf jeden fall besser wie diese ich stehe auf einer straße ich sehe schnee das war ja jetzt im prinzip nicht so schwer ich konnte jetzt nicht gleich sagen ist aber ist ja egal aber ich finde dass immer step by step ist klarer gemacht was gemeint ist auch wenn ich wenn ich ein tipp noch mal kurz zitieren darf also gesagt dass hier wurde video spielgeschichte geschrieben ich kurz überlegt habe du meinst es nicht irgendeine krasse lustige sehen aus unserer multiplayer geschichte weil das war nicht mehr wann weil ich schon an zu vielen teilgenommen habe das war auch eine meiner überlegen wo ich gedacht habe okay wenn es das ist bin ich am arsch aber das andere war was ich gedacht hatte war eventuell hat wurde das spiel einfach gestartet hat mit dem sondern ach da seid ihr also ich war tatsächlich bei ray gedächtnismau und ja eben der legendäre sprung auf fortune island und halt so die anderen stellen wo vielleicht mal extrem lustige sachen passiert sind ja eben die man so halt weiß gerade auch andy und ich oder oder auch du weil so viele folgen schon mitgemacht haben wir könnten dann unzählige solche sachen aufzählen werden wir halt nie fertig aber ich hätte mich geschmeichelt gefühlt wenn das gemeint gewesen der video spielgeschichte so irgendeine szene weil er da die autos die in spielen thematisiert wurden durfte man das probe fahren hat dann schon gleich sinn gemacht ich glaube das hat auch jeder verstanden ist ja auch ein cooler tipp also den muss man sich ja auch erst mal so ausdenken ja eben von daher das meine ich ja die tipps fand ich jetzt der flyheit er hat das schon er hat schon genug tipps gehört um sich aber gesagt seit der ersten expedition folge vorbereitet das hatte gut gereift möchte ich meinen einmal am strand in der letzten hast du luka eine sekunde vor mir gefunden ja das war auch super knapp also das war wirklich aber da haben wir ja noch gespielt mit ghosting ich glaube sonst wäre es für einige wahrscheinlich früher gewesen wir sind ja wir sind südlich vom festival in der nähe des drag strips noch um das was könnte man noch sagen ja ich war es eigentlich groß ich hätte einen übelst geilen tipp an diesem ort wo wir sind ist eine der nervigsten npcs in diesem spiel und viele gibt es davon nicht zu hause oder sagen mehr oder weniger zu hause auftreten ja ich weiß nicht ich fand es aber nur ich weiß nicht irgendwie ja ist ein bisschen grüchen und jetzt sage ich mal genau er grün ja ja die aufgaben cool aber ja auf jeden fall also das auf jeden fall ja weiter nach südlich einfach durchziehen dieser drag stream aber ich glaube torsten ist auch direkt links abgewogen nach dem drag stream ja ich wusste auch nicht mehr es ist direkt südlich oder ist es irgendwie dann doch im festival drin aber naja 50 50 ich sehe dich habe ich gute tipps irgendwann hat es dann klick gemacht ja muss halt noch noch finden wer weiß noch mal erster ich ich dann dann ich darf darf sich gleich verstecken aber wir losen erstmal kurz aus Andi zum See, Luca weiß hoffentlich wohin, Mr. Hashtag zur Villa, Bogali zum Strand, Bluto zum Strand, Scrax zur Villa, Stewie zum Strand, Super Noob zur Villa, Fly High zum Dorf, Thorsten zum Strand und meiner Eins zum See. Also Villa und Strand ist heute quasi echt im absoluten Sonderschlussverkauf. Die kommen ja quasi gefühlt nur. Ich war heute nur bei der Villa. Ja, und Dorf und Dorf und See ist super Mangelware auf jeden Fall. Ja, bei der See sind wir jetzt auch glaube ich die Einzigen, ne? Ich hab jetzt drei verschiedene Startpunkte. Ja. 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 Geil, traumatisches Date. Dann bin ich im Dorf allein, ne? Ja, am See. Perfekt. Ja. Voll das. Ja, Mauern zerstören ist heute nicht bei mir. Also stell dich einfach hinter ne Mauer, ich werd niemals zu dir durchdrehen. Er steht bestimmt hinter uns auf der Insel. Ja, wahrscheinlich. Ja, das wär geil. So richtig, so direkt am Start. Ja, ihr seid in der Nähe. Hier. Wär eigentlich echt ein krasser Tipp, ne? Ja. Ja. Mal durchfahren. Ja gut, Luca, wenn du ready bist. Ja, ich bin ready. Und der erste Tipp ist, in der Nähe von mir ist im Sommer Wasser. Hier von mir ist im Sommer Wasser. Ja, geil. Ähm, ja. Andi und Ray sind in der Nähe. Was? Bei mir in der Nähe gibt's auch Aussichtspunkt. Ja, okay. Die Richtung stimmt, Andi, glaub ich. Es kann nicht die falsche Richtung sein. Es könnte auch da hinten sein, tatsächlich. Aber... Naja, da zu unserer Linken, ne? Naja... Ja, rechts. Rechts... Ja, links und rechts. Quatsch, der ist da. Komm mit, da ist er. Ah. Bist du sicher? Ich fahr da jetzt eher mal da hin. Und dann... Aber gut, dann hätte er ja schon gesagt... Andi kommt langsam näher. Das ist ein Aussichtspunkt. Scheiße, der ist da nicht. Und Andi entfernt sich wieder. Was? Wer ist in der Nähe? Andi war gerade in der Nähe. Wenn man jetzt... Von den Maßen von vorhin. Und jetzt ist Ray auch wieder. Jaja, ich glaub ich weiß schon wo. Wo ist er denn nochmal gestartet? Oh nein. Ähm... Aber jetzt muss ich den Punkt finden. Es ist jetzt... Es ist halt alles weiß. Das ist halt das Dumme. Ja. Hier läuft eins der Hauptrennen vom Spiel entlang. Hauptrennen vom Spiel verstehe ich nicht. Gibt doch nicht so gute Tipps. Die sollen nochmal ein bisschen länger suchen. Ich will dich jetzt nämlich finden. Ja, also wie gesagt, Ray und Andi sind im... Im Gebiet. Ey, das dauert ja jetzt so eine halbe Stunde, bis ich da bin, oder wie? Ja, das muss ich gerade kurz überlegen. Du könntest... Dadurch, dass Namen über Autos aussehen, könntest du dich auch eigentlich direkt so an den Start stellen. Ja. Was ist denn der scheiß Aussichtspunkt? Wird nicht auffallen. Ähm... Ist doch hier irgendwo... Ja gut, der Aussichtspunkt ist nur in der Nähe. Ich bin davon... Ach so! Jetzt müssen wir dich ja noch finden. 500 Meter weg. Oh Gott. Okay, jetzt kann ich mir schon denken wo du bist. Weiß ich. Das ist jetzt nicht als Tipp gemeint. Die aufmerksamen Spieler... Vor meinem Haus steht ein Sandwich-Schild. Was? Eventuell weiß ich wo er ist. Eventuell weiß es jemand. Müsste da sein. Jetzt... Ja gut, dann... Das mit dem Schild sagt mir jetzt halt leider nichts. Ja, hier sind drei Häuser. Drei Häuser und zwei Garagen. Er ist doch nicht hier vielleicht. Ja, hier wird es sein schätze ich mal irgendwo, aber... Oh Gott, im zweiten Gang. Wenn er halt in der Karte ist, sehe ich ihn nicht. Ich bin jetzt gerade rausgegangen. Hä, aber es muss doch hier sein. Er ist aber noch nicht hier. Ah da, hier. Ich habe ihn. Ja, Andi hat mich gesehen. Ey, Ray hat mich gesehen. Andi, du hast ihn gefunden. Glückwunsch. Stehen bleiben. Ja, ich bleib mal draußen. Aber ich stelle mich so in dich rein. Du hast dich ja voll sneaky versteckt. Ich muss erstmal hier den Müller wegräumen. Oh, es gibt hier drei Häuser? Ja. Es sind drei Häuser und zwei Garagen. Ja, das habe ich mal dann... Aber das mit dem Sandwichill, das habe ich immer noch nicht entdeckt. Was ist denn das? Steht vorne an der Straße. Hier von uns zurechten, wenn du rausfahren würdest. Okay, das mache ich gleich, wenn Andi da ist. Lass erstmal den blauen Transit vorbeifahren. Das ist ein Tipp. Fly High ist im Gebiet. So langsam. Ja, langsam. Endlich mal richtig Lust. Andi, voll die blauen Transit. Ja, Moment. Das ist halt tatsächlich... Ich habe den Spawn der blauen Transit gefunden. Soll ich noch einen? Ich gebe noch einen Tipp. Hier finden oft Sachen der Festivalspielliste statt. Wie einfach willst du es noch merken? Ich weiß mittlerweile, in welche Richtung ich fahren muss. Ja, du, aber eventuell der eine oder andere... Ja, fahr schneller! Genau. Ich bin auch immer noch nicht. Es entfernt sich auch wieder welche von meinem Punkt. Von daher habe ich jetzt lieber noch mal den Tipp gegeben. Baum. Ich komme den Berg hoch. Da ist halt gerade nicht wo konkret. Ah, moin. Ah, nee, du bist immer noch nicht. Ja, stimmt. Ich bin ja... Da ist es ja nicht. Also da war ich ja gerade. Also ich bin nicht direkt in diesem Gebiet. Ich bin, wie gesagt, 200 Meter Luftlinie davon entfernt von diesem Gebiet. Aber du hast ja mit den Äußern schon einen guten Tipp gegeben. Eigentlich. Also ich sehe diesen Ort vor mir. Ah, da. Ist doch kein Haus da drüben. Bist du schon draußen? Es kommt wieder ein Transit da hinten angefahren. Geh mal raus aus dem Pausen. Fahrt einfach. Guck, wo die blauen dran sitzen. Ja, das muss... Ah, ich sehe es schon. Aber hier kann das ja nicht sein. Ja, Flyer hat uns gefunden. Ah, ja. Dann kann ich ja jetzt endlich das Schild begotten. Ja, wie gesagt, wenn du hier rausfährst, rechts. Ja, ich gebe die Drohne ganz kurz. Da ist doch kein Haus. Hä? Bist blöd? Vielleicht hast du es auch gerade umgefahren. Das ist so ein ganz kleines Schild. Ja, da habe ich es wahrscheinlich echt umgefahren. Ah, doch bei mir steht es hier noch am Eck vorne. Bei mir steht es auch am Eck. Das da? Nee. Ah, das! Oh Gott! Ich dachte, das ist so eine Riesen-Reklame. Okay, ja. Ja, nee, das ist klar. Warte mal. Das ist jetzt aber nicht das da hinten, oder? Genau, so ein Restaurant-Schild. So ein kleines Aufstellschild. Ja, okay, okay. Ja, ja. Nee, okay, das fehlt an. Also ich habe mal was gesehen, aber da siehst du keine blauen Transits. Es gibt blau... Ey, komm, komm mal. Wer war das jetzt? Fly High? Ja. Komm mal her, stell dich auch da hier rein. Okay, also Strix ist auch ein Gebiet, aber er hat sich wieder. Du hast... Hä? Ich bin doch... Müsste doch so langsam hier sein, aber... Du sagst nichts irgendwie. Ja. Ich habe zu spät drauf geachtet. Ich bin jetzt auch schon wahrscheinlich hier weggefahren. Kalt, kalt, ganz kalt. Da ist alles voll mit Schnee, das kann nicht warm sein. Aber hier ist ein Haus. Ich finde es geil, dass Andi eigentlich schon mit mir da war, aber... Ich war schon, ich bin doch hier gerade vorbeigefahren. Ich bin doch hier gerade vorbeigefahren. Aber dann doch jetzt ein bisschen los. Ich bin hier gerade vorbeigefahren. Ja, aber ich bin halt... Kein Grund, warum zu schreien, Skrax. Ich bin halt... Wäre es trotzdem nicht Erster gewesen, Skrax. Ändert nichts an dem Gebiet. Ich bin hier nicht so oft unterwegs. Ich habe mich eventuell auch ein bisschen assy hingestellt, würde ich einfach mal behaupten, jetzt ganz frech. Ja, nö, 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 nö. In dem Format ist es völlig okay, wenn ich mich erinnern. Die allererste Ausgabe hat sich Andi irgendwo in die hinterste Ecke einer Scheune gestellt. Das stimmt nicht. Ich habe mich in die Scheune gestellt. Ja, für mich war das... Mist, der Hashtag ist auch im Gebiet. Und letzte Folge habe ich mich in der Hofeinfahrt versteckt. Was heißt im Gebiet? Im Gebiet heißt es ungefähr, wenn du in der Karte ganz nah ranzoomst, auf meinen Punkt würde man einfach aussehen. Also Skrax, du musst außerhalb bleiben, ne? Ja, also irgendeiner ist uns... Ja. Glaub, Andi, bist du das? Ja, Andi ist eigentlich... Ich sehe euch nicht. Hä? Ich bin da... Ah, wir stehen ineinander. Wir stehen ineinander deshalb. Ach Gott. Ja, okay, das steht ineinander. Ja, okay, ja, jetzt sehe ich euch. Zwei Sekunden haben wir uns vorbeigefahren. Ja, ne, da war keiner. Ja, ne, das war's. Ja, ne, das war's. Ne, ich muss ja was draußen bleiben. Oh, das soll der Schild sein? Ja, also ich bin komplett verloren. Ich hab nicht mal ne Idee, weil ich nicht mal das grobe Gebiet bisher eingrenzen kann. Hier vorgehst. Deswegen, die Tipps waren sehr schnell sehr spezifisch mit Schildern und also... Ich sag mal so ganz... Ja, aber kennst du das Sandwich-Schild nicht? Ja, das Sandwich-Schild ist... Also ich kannte das ja, wie man gehört hat, sofort. Also da ich nicht mehr in der Nähe bin... Durch der Vorstand hab ich's nicht erkannt, also... Ja, der eine oder andere hat's schon erkannt, deswegen hab ich gedacht, eventuell... Ja. Ist der Tipp für den einen oder anderen nimmt auch gar nicht so schlimm. Also ich glaub, ich fass noch mal kurz zusammen. Das ist ja da nichts, was jetzt noch nicht, ähm... Oder was jetzt das Tier vorhin wegnimmt. Also... Eines ist ja gewesen, im Sommer ist da nass. Und jetzt ist halt Eis da. So. Das ist eins. Dann... Ein Tipp war noch, ein Aussichtspunkt ist in der Nähe. Ein Tipp war, dass von der Festival-Spielliste ja öfters man hierher kommt in dieses Gebiet. Ja, okay, jetzt weiß ich. Und ein Tipp war, dass eines der Main-Events, die es hier gibt... Reuspa, Reuspa, ähm... Geht hier exakt entlang. Genau, ja, ich... Und das sind drei Häuser und zwei Garagen. Und ein Sandwich-Schild. Ich hab eine sehr starke Vermutung, sag ich's mal so. Also... Eine Vermutung haben wir jetzt auch so. Und alle weiteren neuen Tipps müssen ja vom Verstecken. Also, jetzt machen wir mal eine Frage. Meine Frage ist hier dazu. Na, Gott sei Dank. Ist da jetzt Eis auf der Stelle oder gar nichts? Weil es gibt im Sommer Stellen... Es ist in der Nähe. In der Nähe ist im Sommer Wasser. Ja. Ich glaub, da hast du Schild drauf. Aber jetzt halt nicht. Ja, also ist da jetzt Eis oder gar nichts? Das ist auch. Jetzt ist da Eis. Also, ich sag mal, ich seh den geghosteten Hammer. Bitte? Ich seh den geghosteten Hammer. Ja, das ist ein guter Tipp. Da, wo der geghostete Hammer steht. Luca, du weißt schon, dass es einfach nur ein Doppelhaus ist hier? Ja. Wir sind jetzt trotzdem insgesamt. Bin ich immer noch im Gewicht? Oder zwei dann halt. Ja, das ist... Also, ich hab eigentlich direkt... Wo du das gesagt hast mit den Häusern, dachte ich eigentlich gleich an die Stelle tatsächlich. Ja. Luto kommt jetzt auch langsam ins Gewicht. Nee, ich nicht. Danke. Voll offensichtlich. Ja, ich bin da so oft schon abgeflogen bei diesem diversen Haupt-Main-Event. Ja. Und deswegen wusste ich schon gleich, okay, das muss einfach die Stelle sein. Daher kenn ich auch das Sandwich-Schild. Und da ist nochmal was anderes, was man hier machen kann, wo man auch mehr oder weniger daran vorbeifahren muss und deswegen... Aber das verrate ich jetzt nicht, was hier noch ist. Ähm, noch ein Tipp. Ah, ich hab euch. Es gibt keine äußere Straße mehr. Also, wir sind schon an der äußersten Straße der Map. Ja, irgendeiner ist wieder da. Kann ich auf jeden Fall... Thorsten ist da, ja. Ja, also das war's auf jeden Fall nicht. Ja, Thorsten ist da. Jetzt noch finden. Oh man. Oh man. Ja, und du bist in der Nähe. Ja, und du bist in der Nähe. MrHashtag im Fernseht langsam wieder. Mehr oder weniger. Musst du noch die Stelle finden, die ich im Kopf hab? Oh, ich hab... Ich hab so ein Schild, ein Ereigniss-Schild gefunden. Jetzt bin ich kurz wieder drauf. Es steht da Sandwich drauf. Nein, aber... Aber gerade. Aber ich... Ich hab die nie aktiv geducht, deswegen künd' ich immer mal wieder bei den Expeditionen übel viele von den Schild und so. Ah, ja, da ist es doch. Hab's gewonnen. Das ist echt Spiel... äh, Spielstadt. Das Ding ist halt... Ja, ich hab halt eine riesen Werbereklame erwartet, aber das ist ja so ein kleines Restaurant-Schild. Ich weiß halt, genau dieses Schild steht noch an einem anderen Haus hier in der Nähe, ne? Deswegen war ich halt so... MrHashtag hat sich entfernt, das kann man ja sagen. Ja, MrHashtag entfernt sich. Also, ich will jetzt keinen Tipp geben, aber ich will dem Verstecker einen Tipp geben, was für einen Tipp er geben kann. So, in der Nähe von uns sind so zwei Ereignisse, die könnte man, glaub ich, auch mal erwähnen. Ereignisse? Vor allem eins davon, finde ich, ist sehr... das gibt's nicht so oft in der Art, finde ich. Auf der Welt. Hier Fahrtsprung? Beispiel. Hier gibt's... hier gibt's drei von vier RP-Stunt-Events. Gott, ich spiel zu wenig Forza-Events. MrHashtag kommt langsam wieder rein. Oh, so wussiger. Das Gebiet? Ja, wir haben... Also, wir haben gesagt, wenn man jetzt die Map drauf schaut, gibt's von uns links keine Straße mehr. Wir stehen an der äußersten Straße der Map. Westliche... B-Straße. Ogerli ist denn dann... Aber wo gibt's da was zum Futtern? Mehr oder weniger dann hier. Die Richtung stimmt, oder? Naja. Also, bis zumindest nach unserem Prinzip, wenn man komplett ranzoomt, sieht man dich jetzt. Wo ist denn dieses Sandwich-Schild? Ich flieg mit der Drohne rum, aber... Ich finde das wirklich wahnsinnig super. Mittlerweile ist es wahrscheinlich schon weggekickt worden, oder? Ich finde das aber auch wirklich super, so wirklich die besten Tipps werden geben, aber an dem Sandwich-Schild hängen sich alle auf. Ja, das ist so ein unnötiger Tipp eigentlich, weil das halt echt so ein Mini-Schild ist. Entweder du weißt halt, wo es ist, oder du weißt es nicht. Aber du wirst es nicht finden. Mich hat halt der Tipp gekillt, dass da jetzt Wasser ist, und dann halt jetzt nicht. Weil es gibt halt Stellen hier in Vordergrund... Ja gut, das war für Andi und mich eigentlich der goldene Tipp. Ja. Ja, es gibt halt noch so ein paar andere Orte, aber... Man kann jetzt sogar eigene Sandwiches kreieren. Was? Sofort bestellt. Ähm, okay, Niko kommt langsam ins Gebiet, am Fernseher jetzt auch wieder langsam. Fernseher, dann soll ich... Was ich ja gerade cool gefunden habe, ich stehe jetzt vor einem Schild, da ist ein Stierkopf drauf. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Ja, ist aber kein Sandwich, wir suchen nämlich nicht nach Stierköpfen. Naja, ich bin ja schon da, aber... Sandwich-Schild nicht, aber Stierkopf-Schild finde ich. Jetzt müsste ich ja langsam... Ja, Niko kommt rein. Und Ogirly entfernt sich wieder langsam. Also wie gesagt, direkt bei uns, oder in der Nähe von uns ist ein Event, wo... in fast jedem Forcer-Tort enthalten ist, oder... in jeder Spiele-Liste. Fast jeder. Etzett. Wie steht davor? Südlich. Davon. Die Stierkopf ist ein Super-Noob hierher fährt, ey. Als ob er die Filter deaktiviert hat. Auch. Was? Es gab für mich nur zwei blausierende Möglichkeiten, die wären aber da unten gewesen. Ach, da startet man das. Die Eggerzeit ist, mich hat der Tipp, der eine so gekillt. Sandwich-Tipp, ja. Es hat viele gekillt, glaube ich. Nein, mich hat der Tipp gekillt mit dem Wasser. Wir stehen in Wahrheit doch in Edinburgh. Jeder ist natürlich zu Mr. Sub oder Subway gefahren. Aber welches Wasser? Die gibt's ja gar nicht hier. Hey, in Edinburgh gibt's den Fat Mollens. Da ist ein Burger auf dem Plakat drauf. Ein Burger ist ja eigentlich auch nur ein Sandwich. Streng genommen. Ogerli entfernt sich wieder. Jawoll. Ey, Lukas, immer noch eine Frage an dich. Puh. Meinst du, da ist Wasser hinter uns? Hinter uns? Es kommt drauf an, in welche Richtung du stehst. Er sagt ja nur im Gebiet. Aber ich glaube, der Stewie ist so langsam in der Nähe. Stewie ist in der Nähe. Stewie ist in der Nähe. Und Ogerli kommt auch wieder ran. Ich hab gesagt, es ist in der Nähe von mir. Genauso wie der Aussichtspunkt in der Nähe von mir ist. Ja, das muss man halt echt bei dem Format so ein bisschen reinkriegen. Wenn etwas in der Nähe ist, dann heißt es nicht, ich stehe 10 Meter daneben, sondern man sieht's halt auf dem Map. Genau. In der Nähe ist halt wie, wenn Spiele in der Nähe sind. Genau, ja. Also. Ogerli kommt langsam wieder rein. Stewie ist auch in der Nähe. Jetzt findet er das Sandwich-Schild oder nicht? So. Da ist er. Ja. Gut. Er hat das Schild gesehen. Dann hab ich's doch irgendwann verstanden. Ne, das Schild. Moment, wo ist das Schild? Das steht vorne, das ist draußen. Das ist grad vorbeigefahren. Aber ich hab's auch, ich stand davor, hab's nicht gesehen. Weil ich halt so ne riese Reklame erwartet hab. Ah ja. Ja genau, aber das Schild, das steht halt auch noch an anderen Orten und die bin jetzt grad gefühlt alle abgefahren. Ja. Die sind halt, die verwenden ja alle Grafik-Assets wieder. Ich weiß nicht, wie oft das gleiche Geschäft in NMBO so aufkommt. Das Schild steht halt auch so in dem Gebiet da drinnen, in einem der Pavillons. Ogerli entfernt sich wieder langsam. Super. Und deswegen bin ich da halt nicht mehr rausgekommen mental. Ich sag dir nochmal den Tipp. Eines der Hauptrennen führt direkt an uns entlang. Du fährst an keiner geteerten Straße grad entlang. Vor allem, also in Edinburgh ist Schild brutal oft und dann hatte ich halt noch die beiden Restaurants praktisch südlich vom Festival. Einmal in dem Offroad Park und oder da wo der Offroad Story beginnt, glaub ich. Da steht das glaub ich auch noch. Weil das ist ja alles so kleine Restaurants. Super. Einmal Handbremse auf 180 Grad Wände. Das versuche ich. Das dauert nur leider 10 Sekunden bei dem Ding. Du fährst auf Eis. Das nächste Mal nehmen wir Panzer, dann geht es noch länger. Panzer, ich grüß. Nächstes Mal wird es ein Eldorado. Und die Mock. Eigentlich dachte ich an den Volvo, das ist doch auch wie ein Panzer. Ja, mit der LKW. Na gut. Ecker ist auch gut, ja. Was mich hier gerade killt ist, dass ich noch nie ohne Minimap gefahren bin und damit keine Orientierung hab mit viel Missrichtung. Du fährst in die richtige Richtung. Das ist schon mal schön. Jetzt einfach durchziehen. Und diesmal nicht wie vorhin in der ersten Runde noch mal zweimal eine Kohle fahren, oder so? Ist okay, ich halte das Lenkrad felsend fest gerade. Naja, leicht rechts, muss ich mal behaupten. Ja, auf die Straße erst mal. Erst schon mal auf dem richtigen Pfad. Ja, könnt ihr jetzt schon das Sandwich sehen. Ich glaub noch nicht. Jetzt können wir sehen. Doch, ich glaub schon. Ah, alles klar. Sauber. Nice. Ja, wunderbar. Da haben wir ja einen neuen Rekord aufgestellt mit drei gefundenen Zielen. Letztes Mal waren es, glaub ich, vier und in der ersten Ausgabe waren es, glaub ich, auch vier oder fünf. Ich weiß es grad gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Ähm. Ja gut, es haben ja bei knapp einer Stunde Folge, hat ja jetzt quasi jedes Ziel ungefähr gleich lang gebaut. So, okay. Ich glaub aber, das ist auch ein bisschen dem Fahrzeug schuldet, dass das jetzt nicht die höchste Topspeed hat. Ja. Da waren wir doch mit den Fahrzeugen, mit den Arctic Trucks und mit dem, ähm, mit dem Mercedes. Mit dem Mercedes genau waren wir, mit dem Top-G Mercedes waren wir dann doch ein bisschen schneller unterwegs, sobald die jetzt auch grad keine High-Speed-Wasser haben. Ich wollt grad sagen, wenn man das über die Autos sagen kann, dann heißt das eigentlich das. Ja, aber, ja gut, der Hammer ist halt auch noch mal ein bisschen langsam. Das ist halt auch in der D-Klasse. Ja, vielleicht, wenn wir nochmal eine Expedition machen und ich glaube, wir machen nochmal eine so, weil ich find's irgendwie echt interessant nochmal so auf die letzten Tage von Horizon 4 einfach nochmal so ganz andere Orte zu finden. Ja. Ähm, also wenn, wenn ihr als Zuschauer auch der Meinung seid, gerne mal Feedback geben. Und außerdem macht's so liebend gerne Expedition Designs. Er hat auch schon gesagt, er öffnet da jetzt ein ganz neues Berufsfeld. Macht nur noch Copy-Paste Expedition Designs. Nein. Äh, ja vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank an alle, die dabei waren und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschaui. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.